hallo guten tag liebe freunde heute möchte ich euch mal anlässlich der 1250 jahr feier in bürstadt einen festumzug vorstellen so langsam fühlt sich hier auf der festmahl ist schon einiges los wir warten jetzt auf den start des festzugs gleich geht's los ja 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 Musik 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 Wenn alle innen machen würden, dann könnte man das nämlich richtig schön machen. Der Herr, ich zeige Ihnen mal, wie es geht. Es geht so. Ja? Also wenn Sie abends hoch oder arbeiten nach Hause kommen, ist Ihre Frau garantiert gut. So, einmal. So, sehr schön. Eins, zwei, drei Käsekuchen. Sehr schön. Na vorant. Geht ihr dann mit euren schönen blauen T-Shirts. Kriegt ihr mal einen großen Applaus, die haben wirklich geschüttet. Die Werbung ist, weil ihr ganz gut mit ihnen ist. Kommt ihr hier an vorne. Ich hab noch nicht geäußert, die ist wieder raus. So, jetzt machen wir eigentlich noch ein paar das Ganze. Geht ihr noch einmal? Los. Das ist... Musik 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 Ja, unser Festzug hat jetzt begonnen. Da vorne kommt, glaube ich, unsere Bürgermeisterin, die Frau Bärbel Tschada. Die Frau Bärbel, die Frau Bärbel, die Frau Bärbel. Die Frau Bärbel, die Frau Bärbel. Die Frau Bärbel, die Frau Bärbel. 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 Die Bärbel. Die Frau 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 Bärbel.